Ketzerischer Kirchenspalter oder gemeinsamer Kirchenvater? Herr Prof. Dr. Freitag, wie hat sich das Luther-Bild aus katholischer Sicht in den letzten Jahrzehnten, ich sage mal ab Mitte des 20. Jahrhunderts, verändert und wie sehen wir ihn heute? Die Mitte des 20. Jahrhunderts war einschneidend, wenn ich an den Zweiten Weltkrieg erinnere, an die Erfahrung der Nazis und vor allen Dingen die Erfahrung der gemeinsamen Verfolgung. Und innerhalb der lutherischen und evangelischen Kirche in Deutschland die Erfahrung der bekennenden Kirche, aber auch dann der Reichskirche mit der Gleichschaltung. Und von da aus war schon nach dem Ersten Weltkrieg eine Besinnung auf Luther eingesetzt, die nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal andere Konturen bekommen hat. Ein zweiter grundlegender Punkt, bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland viele konfessionell geschlossene katholische oder evangelische Gebiete. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Flucht und Vertreibung gab es die nicht mehr, auch in Bayern nicht. Es gibt praktisch keinen Ort mehr ohne die andere Konfession. Und wie sehen Katholiken Luther nun heute? Die große Veränderung ist tatsächlich passiert oder angestoßen worden in den 30er Jahren. Da gab es einen Professor Härte in Paderborn, der herausbekommen hat, dass das katholische Lutherbild 400 Jahre lang eigentlich von Cachleus geprägt worden ist, mitten aus der Polemik heraus. Und da haben die späteren abgeschrieben. Das brachte man im 19. Jahrhundert nochmal gut unter die Leute, weil da die katholisch-evangelische Kontroverse mit dem Kulturkampf und vor allen Dingen in Preußen wieder ganz heftig wurde. Und er hat dann herausgefunden, dass man das auch anders denken kann. Mit dazu beigetragen hat der Hubert Jedin, der das Konzil von Trient quellenmäßig erforscht hatte, was es bis dahin kaum gab. Und vor allen Dingen der Josef Lorz mit seinen zwei Bänden die Reformation in Deutschland. Wo klar war, die katholische Kirche lag am Boden, war schwer in der Krise, hatte viele Missbräuche. Und der hat dann Luther geschildert, einmal als eine wirklich religiöse Persönlichkeit, als jemand, der Reform in der Kirche nachhaltig angestoßen hat, und der subjektiv von seinen Dingen sehr überzeugt war, sodass er den religiösen Luther würdigen konnte. Luther Sandeln hat ganz klar zur Spaltung der Kirche geführt, aber seine Kritik hat auch positive Impulse gegeben für die Entwicklung der katholischen Kirche, oder? Ja, und das ist dann in der Geschichte mit zum Zuge gekommen. Ich würde mal sagen, wenn der FC Augsburg eine Niederlage erlitten hat, dann denkt er doppelscharf nach, wie er besser spielen müsste. Das tut er nach einem Sieg nicht. Das ist den Katholiken auch so gegangen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Reformbewegung längst zu Gange war. Das haben wir über die Reformation vergessen. In Italien gab es wesentliche Reformbewegungen, man kann das an vielen Stellen sehen. In Spanien unter Cisneros war das ganz nachhaltig. Und es gibt einfach, daran sieht man das auch sehr schön, die Franziskaner und die Dominikaner sind spät nach Lateinamerika aufgebrochen, erst 20 Jahre nach der Entdeckung, mit einer einfachen Begründung. Wir wollen uns erst reformieren und dann mit der Mission beginnen. Nicht, dass wir den alten Schlendrian dort auch einführen. Das heißt, unsere katholische Kirche, so wie sie heute ist, gäbe es ohne Luther gar nicht. Das ist sehr sicher, ja. Mit Blick auf das Reformationsjubiläum sollten Katholiken mehr Neugierde für Luther zeigen, damit es ein Fest für alle Christen wird? Wir sollten auf jeden Fall neugieriger sein. Und es nicht feiern wie das Oktoberfest und einfach einheben und sagen, das ist alles okay. Sondern tatsächlich sagen, was lernen wir aus den damaligen Vorgängen, aus den damaligen Impulsen, aus dem Weg bis heute. Und wie können wir das voneinander lernen, dass nicht Katholiken unter sich und evangelische Christen unter sich bleiben, sondern dass sie miteinander und gegenseitig erzählen, wie sie die Reformation erlebt und erfahren haben, wie sie die Entwicklung erlebt und erfahren haben. Weil da viele Verwundungen passiert sind, die zu heilen sind. Weil manche Vorstöße und auch Anstöße zum Guten ausschlagen können. Die können aber auch dominant missbraucht werden, um den anderen fertig zu machen. Die eine Kirche klingt für mich ein bisschen wie Vision und nicht wie Realität in naher Zukunft, oder? Ich hoffe sehr, dass es eher möglich wird. Was sicher ist, dass das nicht eine Rückkehr zur damaligen Kirche ist. Nicht zu einer früheren Einheitsgestalt, sondern zu einer neuen Einheitsgestalt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, das, was wir die Wiedervereinigung Deutschlands nennen oder genannt haben, nach 1989, war ein anderes Deutschland, als man bis 1945 kannte, auch bis 1989 kannte. Und es zeigt sich, dass dieses Deutschland danach weiterhin sich verändert und darin zusammenhalten muss. Ich glaube, das ist in der Kirche auch so. Wir können zusammenfinden, wenn wir das wirklich wollen und Gottes will. Das will ich mal dazu setzen.